Ja, wir kommen zur dritten Gruppe, den Filzcurling. Ja, ich hatte jetzt mal im Internet geguckt, die Gruppe der Filzcurling, das war im Frühjahr maroden, hohen Bootfußcurling mit Ziegenwipfel und so weiter, aber ich will das jetzt mal so für einen Filzanfänger beibehalten. Und zwar der Marodenwirling, der ist ein sehr beliebter Speisepilz und er kennt ihn an dem braunen Hut und dem gelben Filzsägenwirling und die blauen aufdruckt bläulich-grün. Und ja, auch bei uns im Hengenhausen, da wächst der Rotfußcurling, der sieht den Marodenwirling auch sehr ähnlich. Und er färbt auch grün, ich hatte aber einen roten Stiel und die Ziegenwipfel hat halt so einen blassbraunen Hut und ganz gelbe Röhren. Ja, wie gesagt, es gibt da keine Giftwipfelze unter den Filzcurling, man kann sie eventuell mit einem Gainwirling verwechseln, aber der hat ja dann die rosa färbenden Wurren und das braunen Netz. Ja.